Du folgst dir mit deinem zweiten Account ab. Alles auf, Junge. Ja, Fenris, trau ich dir schon zu. Junge, relax, Alter. So, Joey, jetzt bitte nicht wieder meine Dings herzerlegen. Oh, alles gut. Soll ich noch warten, bis ich... Hab schon alles gemacht. Bra, weil die Cam ist eigentlich echt Gold wert, oder? Ich hab doch gesagt, bringt Fenris bei, wo er Wände werfen, äh, ziehen darf und wo nicht. Ey, Basti! Basti! Ja. Hi. Hi. Oh, du kommst gar nicht zum Loft, Mann. Entschuldigung. Hast du ein Loft? Ich bin Mercury, ja, ich hab drei. Ist davon ein Zwei. Haben hier geöffnet, haben hier geöffnet. Wir kommen, Theo. Basti, komm hier wieder. Ich vertrau, die ist schon drin. Amaru. Und die Ashes auch drin. Die ist im Hallway. Wenn du kannst, wenn du... Nee, hier, hier. Die ist da. Das war dein. Die ist hinter uns, die Ashes. Ich glaub, es war der Fake-Giana. Ja, war's. Kommt also von hier. Weg da, Fenris, weg da. Weg da, Fenris, weg da. Direkt hier einer. Er ist down. Hast du noch Impact? Das ist kein Problem, da ist ein Bug. Ab ein. Böden Fenris. Er ist down. Oh, das ist der Bug. Nein, da ist noch einer. NAP. Arcade ist einer. Könnt ihr... Da vorne, Brian. Der schießt rein. Was ist das? Das da so schießt. Danke, Theo. Ich bin doch andersrum, Brian. Geh die ganze an die Bahn und flieg so. Ja, ich will eigentlich... Ich denke, dass er von links kommt. Da war eine Jana vorhin. Oder ist sie tot? Nee, die hab ich. Gut. Ich hab noch einen. Guck die Camps. Der ist im Hallway hier. Bei Schau. Toilet. Ich kann nicht sagen, wenn er vom Main hall... Wenn er im Main door kommt. Kann ich nicht akkurat sagen. Du musst links gucken, die Tür, ja? Links abaimen. Ich sehe, wenn er Richtung Tür kommt. Da kommen wenn, dann vier von links. Ja, kommt über Arcade. Ja, nice. Hat der Smoke abgeaimt. Wie widerlich. Ja. Junge, wie der liegt. Aber Primo, wir haben wieder oben so viel Zeit gekostet. Ja, habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Und die Ash hab ich Lucky weggemacht. Junge.